Hallo? Äh, guten Tag, ich brauche einen neuen Staubfilter für meinen Hoover Max Extract Pressure Pro Modell 60. Haben Sie da noch was auf Lager, zufällig? Wie brenzlig ist es denn? Äh, ultra brenzlig, denn dieser Podcast steht in Flammen! Und damit herzlich willkommen zum neuen 4001 Reviews Podcast zur fünften Episode von Better Corsair Staffel 4. Mit dem Namen Eine wilde Fahrt. Ich bin Kayvan und hier sitzt zum ersten Mal mit mir zusammen... Sandro, hallo zusammen, endlich mal wir beide. Heute geht's endlich los mit unserem Original-Duo Kayvan und Sandro. Genau, und wir haben uns drei Fragen ausgesucht, wie bei jedem Podcast, auf die wir uns konzentrieren wollen unter anderem. Nämlich erstens, wer ist Werner Ziegler? Dann, was passiert mit Jimmy als Handydealer in Zukunft? Und dann die dritte Frage, haben wir eigentlich zu wenig Vertrauen in die Serienmacher vielleicht? Darum soll's heute gehen unter anderem und wir wünschen euch viel Spaß! So, natürlich wie jedes Mal in unserem Podcast eine kleine Spoiler-Warnung. Wir werden natürlich spoilern, was das Zeug hält. Und ja, machen wir gleich weiter. Sandro, du bist dran. Wir haben natürlich wieder unseren Verweis auf unsere schöne, aktive Better Cause All Community Facebook-Seite, Better Cause All Germany. Und natürlich auch auf unsere Better Cause All Deutschland-Fans Facebook-Gruppe. Ihr könnt ja alle joinen. Wir haben da mächtig Spaß, erst recht in den Episodentagen, wenn diese online kommen, auf Netflix. Da geht's heiß her. Und jede Woche raten wir dann auch diese Episode, die aktuelle Episode in unserer Gruppe. Und diesmal, halt dich fest, Kayvan. Oh mein Gott, ich hab gesehen, dass es sehr gut ist. Dass es eine der bestbewertesten Episoden ist. Ja, wir haben, das ist die beste Wertung seit, also die beste Wertung in Staffel 4 mit der Note 1,3. Uff. Also ich würde sagen, seitdem wir die Better Cause All Fan-Seite haben und wir diese Abstimmung machen zu den Episoden, ist das wirklich jetzt eine der bestbewertesten Folgen in unserer Community, oder? Genau. Ich glaube aber, dass Schikane in Staffel 3 noch besser war. Ich glaube, die war bei 1,25 oder so. Meinst du Schikanery? Ganz knapp. Ja, genau. Aber ja, 1,3, eine sehr gute Note. Und ist, glaube ich, auch zu Recht, würde ich mal behaupten, wenn man ein ganz kurzes Vorfazit oder eine ganz kurze Einschätzung zu der Folge machen, oder? Ja. Bevor wir die Einschätzung machen, Sandro, ich vernehme bei dir irgendwie einen komischen Hall. Woran liegt das wohl? Ja. Ich will schon mal kurz aufklären. Ich, ja, ha, 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 ha. Ja. Ich bin umgezogen von Stuttgart nach München und wie das so ist nach dem Umzug. Es sind noch nicht alle Kisten ausgeräumt und deswegen haltet es manchmal im Zimmer. Das kennt ihr bestimmt auch. Bei mir ist es leider jetzt aktuell noch so. Ähm, trotzdem sollte ich, also sollte ich trotzdem verständlich zu hören sein, glaube ich, oder, Kevin? Ja. Es geht schon. Das nächste Mal, wenn du deine Möbel hast, wird es wieder ein gewohnter Ultra HD, ne, nicht HD Qualität, wollte ich jetzt sagen. Wie sagt man bei Ton? Wie sagt man? Ultra High Definition Audio, what the hell? Dolby Surround. Genau. Dolby Atmos. Genau. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns da wegen diesen kleinen Tonproblemen. Und ja, jetzt kurz zur Einschätzung, Sandro. Willst du nochmal kurz sagen, wie du diese Folge fandest und mit welcher Note du abgestimmt hast in unserer Umfrage? Ja, äh, ich habe mit der Note 2 abgeschlossen, äh, abgedingst, abgestimmt. Wir haben ja immer die Schulnoten von 1 bis 6, deswegen können wir da keine Zwischennoten machen. Ich würde aber eine 2 plus geben. Ähm, ich weiß selber gar nicht mehr, ob ich jemals eine 1 gegeben habe. Äh, wenn ich eine 1 gebe, dann wird wahrscheinlich der Name Saul Goodman fallen, weil ich warte einfach auf den Moment. Das hast du schon mal gesagt in der letzten Staffel, glaube ich. Das war, ähm, Beta Corsal Staffel 3, Folge 6 und da fiel das erste Mal der Name Saul Goodman und ich glaube, da hast du auch mit einer 1 abgestimmt. Ja, natürlich muss die ganze Folge auch gut sein und die war's. Äh, auf jeden Fall, ja. Diese Episode war der Hammer, die war eine, ein wirkliches Überraschungsfeuerwerk, finde ich auch. Angefangen mit der ersten Szene, auf die wir natürlich gleich zu sprechen kommen. Ähm, ja, man, äh, man hat viel Sorge gehabt, so ein bisschen in letzter Zeit, aber diese Folge hat wieder gezeigt, die ganzen Sorgen, die sind eigentlich umsonst. Ja, also ich sehe das ähnlich wie du, also ich hab mir auch Sorgen gemacht und wie gesagt, wir haben ja hier die Leitfrage uns notiert, haben wir vielleicht doch zu wenig Vertrauen in die Serienmacher, weil wir uns gerade schon in den ersten vier Folgen etwas beschwert haben über das Tempo der Serie, aber jetzt mit der fünften Folge war das wirklich wie so ein Weckruf. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass jetzt erst die Staffel in die Gänge kommt. Und wenn ich der Folge, ähm, jetzt eine Note geben müsste, ich hab mir eine 1 abgestimmt, und es wäre vielleicht eine 1-. Also es ist jetzt nicht die allerbeste Better Corsair-Folge ever, aber auf jeden Fall eine der besten, würde ich sagen. Also es ist wirklich viel passiert für Better Corsair-Maßstäbe und es gibt einiges zu besprechen. Auf jeden Fall. Wo fangen wir an? Wo fangen wir? Am besten ganz vorne. Aber wir haben natürlich zwei Stränge diesmal. Jimmy und Kim und einmal Gus und Mike. Gus und Mike zwar nur in zwei Szenen, aber muss man natürlich auch nennen, weil die sehr interessant waren. Jimmy hatte in dieser Folge unglaublich viel Screentime. Endlich, ja. Ja, da haben sich auch einige gefragt, warum, äh, ob Jimmy eigentlich überhaupt noch zur Serie gehört. Oder ob so ein guter Hauptcharakter ist. Ja, genau. In der letzten Episode war das ja eher weniger der Fall, aber jetzt... Ja, Nacho. Genau. Hauen wir, oder haben wir wieder gesehen, wie die Macher eigentlich denken. Aber kommen wir zu der Frage am Schluss. Ja, also... Und fangen wir an, würde ich sagen. Ähm, ja, so jetzt noch die Frage, sollen wir den Handlungsstrang Jimmy und Kim unterteilen in Jimmy und Kim? Weil ja doch beide sehr, ähm, viel Szenen hatten getrennt voneinander. Oder sowas zusammen? Würde ich trotzdem machen, weil die zwei gehören ja zusammen und ich kann mir immer noch vorstellen, dass die Kim-Szenen trotzdem was mit Jimmy irgendwann zu tun haben. Deswegen würde ich die zwei trotzdem zusammen nehmen. Also fangen wir an mit Jimmy. Mit der ersten Szene. Die Prä-Intro-Szene, die mich diesmal wirklich überrascht hat. Ja. Wie wahrscheinlich jeden anderen auch. Ja. Wir können uns daran erinnern, wir haben ja schon mal darüber was gepostet, dass die Serienmacher vor dem Start der Staffel versprochen haben, dass es auch Szenen geben wird, die während Breaking Bad spielen. Stimmt. Und genau so eine Szene haben wir ja jetzt gesehen. Weißt du, wo du die Szene einordnen würdest in der Zeit von Breaking Bad? Das ist direkt oder fast am Ende der ganzen Serie, in der Walter White abhauen möchte und Jesse, äh, und Sir Goodman abhauen möchte. Der tätigt ja auch diesen Anruf in dieser Szene. Aber ja, ziemlich am Ende von Breaking Bad würde ich die einordnen. Ich kann es dir sogar ganz genau sagen. Das ist nämlich Staffel 5, Folge 15, Granite State. Das ist ein paar Stunden vor dieser Folge. Denn die vorletzte Folge von Breaking Bad, die fängt ja auch damit an, wie sich Saul Goodman in diesem Staubsaugergeschäft befindet und dort das Passfoto fälscht und seine neue Identität bekommt. Und in der Szene hat er genau dasselbe Hemd an, wie jetzt in dieser Szene von Better Call Saul. Das heißt, es spielt am selben Tag. Ja, dann erzähl mal kurz in ein, zwei Sätzen, was überhaupt in der Szene abgeht. Ja, also wir sehen Jimmy mehr oder weniger sein Zimmer auseinandernehmen. Und es hat mich zuerst ein bisschen an die Szene erinnert, in der Chuck seine Wohnung auseinander nimmt, in dem man zum Beispiel einfach Löcher in die Wände bohrt und alles so rumschmeißt, auf der Suche, verzweifelt, auf der Suche nach etwas ist. Und hier gibt es auch noch ein paar kleine Hints, die ich gefunden habe während der Szene. Ja, ich auch. Zum Beispiel eins, ich fange mal an, okay, danach darfst du. Zum Beispiel einmal Jimmy beauftragt Francesca, die geschredderten Dokumente auf verschiedene Mülleimer zu verteilen. Wie kommt er denn auf diese Idee? Wir haben ja in Staffel 1 von Better Call Saul schon mal gesehen, wie Jimmy sich in einer Mülltonne befand und geschredderte Papiere zusammengesucht hat. Und das wäre wohl nicht so einfach gewesen, wenn es einfach an verschiedenen Mülleimern, wenn Sandpiper Crossing die geschredderten Dokumente auf verschiedene Mülleimer verteilt hätte. Das heißt, hier hat einerseits Jimmy dazugelernt und dann noch, dass er eben einen Crosscut-Shredder benutzt. Das heißt, die Dokumente können nicht mehr zusammengesetzt werden. Das hat der Jimmy auch schon gemacht. Bei Chuck zu Hause in Staffel 1. So ein paar kleine Hints zum Beginn der Serie, Better Call Saul. Mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen, aber jetzt lasse ich dich erstmal. Ja, also erstmal muss ich mal kurz sagen, wir sehen hier ein kleines, aber weiteres Stück von Breaking Bad, was ich ziemlich krass finde. Für alle großen Breaking Bad Fans, das ist ein kleines Ding von Breaking Bad. Das ist, das müssen wir einfach so sagen, nicht Better Call Saul, sondern da ist so ein Bonusmaterial aus Breaking Bad, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Alles wurde neu gedreht natürlich. Das ganze Büro, haben die Macher gesagt, war fast vollständig so, wie es da ist. Sie mussten nur ein paar Sachen noch hinzufügen, aber sonst war das eigentlich die ganze Zeit so aufbewahrt, was ich ziemlich krass finde. Ja, und das fand ich eigentlich, die ganze Szene, das hätte niemand erwartet. Wir hätten zwar irgendwie erraten können, weil es gab mal ein Bild, das glaube ich Michael McKean gepostet hat, wo das wohl auch vom Tag dieser Dreharbeiten stammt, wo auch Jimmy bzw. Saul Goodman in dieser Kleidung neben Michael McKean, neben Howard, ich glaube Kim war noch dabei und Vince Gilligan, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber da hätten wir irgendwie drauf kommen können, wenn man ganz genau überlegt hätte, haben wir leider nicht so verfolgt. Ja, schade. Aber wir haben es jetzt gesehen, das ist doch viel besser, wenn man überrascht wird. Ja, aber was ist mir denn noch aufgefallen bzw. welche Fragen stellen sich überhaupt da? Einige. Ja, einige. Ich habe eine große Frage und zwar sagt ja Saul zu Francesca, die wir auch mal wieder sehen, aber natürlich in der besseren... In Sauer. Ja, in Sauer, in der besseren Charakterzeichen, würde ich sagen. Ja, ja. Sagt, ja, er gibt eine Visitenkarte und sagt ihr Jimmy oder Sack, wenn irgendwie jemand fragt, Sack, Jimmy schickt sie. Ja, Jimmy vor allem und nicht Saul. Erstmal Jimmy und dann welche Visitenkarte ist das? Von wem? Das ist die große Frage. Und ja, Chuck kann nicht sein. Kim kann auch nicht sein, weil Francesca kennt Kim und da würde, ja, das hätte keinen Sinn, dass man da irgendwie sagt, Jimmy schickt mich, weil Kim kennt Jimmy. Und ja, wahrscheinlich ist da irgendwie HHM am Start oder Howard, weil wir dann Howard ja auch in der Folge sehen. Oder Kim persönlich? Ja, eben nicht Kim, weil Kim kennt ja Jimmy und dann würde Jimmy nicht zu Francesca sagen und sagen, wenn jemand fragt, Jimmy schickt sie. Das kann ja nicht sein. Deswegen, ich glaube, Howard oder HHM an sich ist interessant. Ich glaube, auch sowas sehen wir vielleicht noch, weil er sagt dann auch, oder Francesca sagt dann auch, oder Jimmy oder Saul Goodman, ich weiß jetzt nicht mal, einer von beiden sagt in der Szene auch, um 15 Uhr am 12. November. Und das ist ja dann in der Zukunft und das ist ja wahrscheinlich dann, wo Saul Goodman entschieden ist. Und vielleicht sehen wir dann Francesca zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, wahrscheinlich in Staffel 5 von Better Call Saul in der nächsten Schwarz-Weiß-Szene. Weil dann vielleicht der 12. November ist. Uff, ich weiß nicht, also das wäre dann ein ziemlich kurzer zeitlicher Abstand zwischen den Better Call Saul Jetzt-Szenen und den Schwarz-Weiß-Szenen. Ich dachte, da wären mehrere Jahre vergangen dazwischen eigentlich. Hatte ich zumindest so ein Gefühl. Aber ja, das könnte schon, ja wohl, der Gene hat ja eigentlich nur so einen Schnauzer und der wächst in, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber er wirkt halt so verbittert. Und es hat am Anfang in der ersten Staffel in Nebraska, da wo es sich aufhält, schon geschneit. Also wahrscheinlich war es schon Winter. Ja, November. Ja, November. Ich weiß es nicht. Ja, 12. November. Ja, gut, okay. Könnte ja früher sein. In Oktober schneit es manchmal ja auch. Aber ist mir so aufgefallen. Ja, Nebraska kann es schon sein, ja. Ja. Was aber noch interessant war, vielleicht ist dir auch aufgefallen, die Kiste. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, dann sag du mal. Die Kiste, die er da aus der Wand holt, ist dieselbe Kiste, in der Gene, also der Schwarz-Weiß-Gene, seine Werbespots aufbewahrt. Ja. Das sehen wir ja in Staffel 1, Folge 1, wie er die Kiste rausholt und die Werbespots von Saul Goodman wieder sich reinzieht als Gene. Ja, das ist schon verrückt, dass er die in der Wand versteckt. Ja. Das sind ihm so heilig. Ja, aber das ist auch komisch. Ich verstehe das nicht, weil entweder ist da noch irgendwas anderes drin, aber warum sollte das so, warum sollte er seine eigenen Werbespots, die sind ja nicht, die sind ja nicht, weiß nicht, die sind ja nicht irgendwie geheim oder so. Die hat ja jeder gesehen, als er Saul Goodman war. Ja, eben. Also verstehe ich nicht. Da muss doch was anderes drin gewesen sein. Ja, entweder das oder ist es halt vielleicht doch nicht die Kiste, auch wenn ich es gedacht habe und du gedacht hast. Mal gucken. Warte mal, was ich mir denken kann. Also dieser, wir müssen mal kurz über diesen Verschwindelservice reden. Also Hachi ist Verschwindelservice. Ne, heißt nicht so. Auf jeden Fall die Regeln dieses Services sind ja die, dass du ja eigentlich nichts von deiner alten Identität mitnehmen darfst in die Neue. Das heißt, eigentlich dürfte Jimmy bzw. Saul Goodman nicht Dinge mitnehmen in sein neues Leben, die ihn irgendwie identifizieren können. Wahrscheinlich war die ganze Sache mit Francesca so gemeint, dass Francesca ihm bei diesem Treffpunkt diese Werbespots überreicht, weil er sie so nicht mitnehmen darf. Fällt mir jetzt gerade ein. Ja, und dann kann auch das mit dem 12. November stimmen. Und das ist halt vor der ersten Schwarz-Weiß-Szene in Staffel 1 vielleicht. Ja, das könnte sein. Weil wahrscheinlich, ich könnte mir auch denken, dass in Zukunft diese Videos von Saul Goodman, diese Werbespots, ihm noch zum Verhängnis werden. Wahrscheinlich sind sie dann irgendwann daran schuld, dass Gene aufliegt, weil diese Videos gefunden werden, weil seine Wohnung durchsucht wird. Und ja. Ja, es kann schon sein. Aber Saul Goodman sagt zu Francesca, das Ende einer wilden Fahrt. Ja, und das ist sehr interessant, weil wir sehen in diesem Falle, in dieser Szene das Ende einer wilden Fahrt. Und wir sehen in dieser Folge, dass der Anfang einer wilden Fahrt. Ja, weil bis jetzt war ja die wilde Fahrt von Better Call Saul Staffel 4 nicht wirklich wild. Das war mehr ein Spaziergang. Habe ich auch so in der Kritik geschrieben von mir. Aber jetzt mit der Folge geht's los. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir in Szene 2. Wenn du nichts weiter zu sagen hast. Nö. Also wie gesagt, noch kurze Radnotiz zu Francesca. Ich finde es einfach witzig, wie anders Francesca in Breaking Bad ist, als in Better Call Saul. Und ich frage mich, weshalb sie so unglaublich sauer auf Jimmy ist. Beziehungsweise auf Saul Goodman. Also was da genau passiert zwischen den beiden. Ich hoffe, das sieht man noch irgendwann. Naja, du kennst ja, du kennst, du kennst doch diese eine geniale Szene, eine der ersten Szenen mit Saul Goodman und Francesca. Als Saul Goodman die Francesca so blöd anmacht, sag ich mal. Man sollte das auf Englisch anschauen. Wie sagt er, irgendwie in Richtung, oh Gott, I like that buddy. Ja. Ja, you drive me crazy oder wie sowas, sagt er. Ja, das guckt es euch an. Auf YouTube gibt es die Szene, glaube ich, noch. Das ist der Hammer. Auf jeden Fall würde ich, glaube ich, weitermachen jetzt. Jimmy im CC Mobile. Jetzt sind wir wieder in der Jetzt-Zeit. Jimmy im CC Mobile und er verkauft seine ersten Handys. Ja. Und hier sieht man mal wieder Jimmys ultimativ kongenial krasses Verkaufstalent. Also einfach wie er seine Kunden einfach so hart manipuliert, dass sie ihn aus der Hand fressen. Ja. Ja. Also zum Beispiel da diese kleinen Details. Hier hat Jimmy anders verkauft als sonst. Hier war er ein bisschen zurückhaltend, aber trotzdem sehr prägnant. Zum Beispiel hat er dann ganz unauffällig hinten auf diesen Handy-Stapel ein Schild gestellt mit On Hold, Do Not Sell. Also die sind schon reserviert, die Handys. So dass der Kunde denkt, ah, hier geht's krass ab in dem Geschäft. Ich muss mir jetzt auch einen ganzen Batzen voller Prepaid-Handys kaufen. Ja. Aber viel witziger fand ich diese Szene davor, als er, oder die Sekunden davor, als er selber noch am Telefon ist und das Handy in Sichtweite von dem Kunden einfach so in zwei Teile. Ja. Es war so geil gemacht, ey. Oder dann, oder wo er dann sagt, ähm, also diese Handys sind für einmal pro gedacht. Er fragte so, einmal pro was? Einmal pro Monat? Einmal pro Woche? Einmal pro Tag? Oder pro Anruf? Ja. Ja, gut. Aber mehr ist da jetzt mir nicht aufgefallen. Ich hab, äh, nur einen kleinen Gedanke, der, ja, wir haben letztes Mal, oder ihr habt letztes Mal ja auch, äh, von der Beziehung zwischen Jimmy und Ira gesprochen, die immer besser wird. Und da ist mir so ganz kurz in Gedanken gekommen, vielleicht möchte Jimmy Geld verdienen, um, äh, Ira wieder so auf Null, äh, zu bringen, beziehungsweise Ira irgendwie mehr, wieder ein bisschen Geld zu geben, weil Ira war so nett und so weiter, hat ihm mehr Geld gegeben, als er erwartet hat. Nur ein ganz kleiner Gedanke so gehabt. Ich weiß nicht, ob es, ob es da irgendwie weitergeht. War es, war es nicht mehr so, dass er das Geld, das er von Ira bekommen hat, investiert hat in die Handys, die er gekauft hat? Ja, aber das kommt ja später. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ja, wir können gleich weitergehen, aber was ich auf jeden Fall sagen will, genau das habe ich so ein bisschen vermisst an Beta Corsa aus Staffel 4. So diese, diese typisch, ähm, Jimmy McGill-haften Manöver, dass er sich einfach aus einer Scheißsituation hochkämpft und aus dem Nichts so ein krasses Geschäft erschafft. Ja. Ja. Das war einfach geil, wieder so zu sehen. Hab mich gefreut. Ja, das, das, äh, sehen wir ja noch, nachher noch, äh, noch viel besser. Ja. Aber zunächst haben wir dann in der nächsten Szene in diesem Handlungsstrang Kim, die einen schuldigen, ja, jüngeren Mann im Gericht vertritt und, äh, ihn dann auch, äh, erfolgreich um eine Gefängnisstrafe herum manövriert. Ähm, ja, das ist eine ziemlich gute Taktik, was Kim anwendet und auch ein bisschen Jimmy-mäßig. Ja, also ich fand, es geht in Richtung Jimmy, aber ich glaube, Kim ist einfach noch zielstrebiger, noch ein bisschen härter und weniger verspielt und so. Also sie sagt einfach klipp und klar, was sie will und ihr Kollege beziehungsweise der Staatsanwalt, oder nennt man das nicht, nicht Staatsanwalt. Doch. Doch, Staatsanwalt, ich weiß nicht. Ja, ja, doch. Also der, wo den Staat, es gibt ja immer den. Ja, stimmt, DDA Oakley. Das ist der, der, wo mich immer an Mr. Bean erinnert irgendwie. Ja. Hast du ja, glaube ich, letzte Staffel schon im Live-Talk gesagt. Ja. Ist aber auch einfach so. Aber es war wirklich witzig, wie Kim ihn manipuliert und wie sie im Prinzip verhandeln, aber dann, ähm, der DDA Oakley mit leeren Händen aus dieser Verhandlung rausgeht. Also Kim hat in der Verhandlung ihren Standpunkt komplett behalten. Sie sagt vier Jahre auf Bewährung, äh, vier Monate auf Bewährung und dabei kommt es am Ende auch raus. Ja. Einfach nur, indem sie das zehnmal wiederholt. Nein, ich will vier Monate auf Bewährung. Naja, sie hatte ja auch ein, äh, ein Druckmittel. Ja. Und dieses Druckmittel wäre es nicht gegangen. Aber gut, ähm, was mir aber hier aufgefallen ist, klar, als Anwalt vertritt man Kriminelle. Aber vielleicht sehen wir hier die szenische Vorbereitung auf die, äh, Theorie, die ich ja letztes Mal hatte im Live-Talk, äh, dass Kim vielleicht Nacho vertreten wird. Ähm, weil wir jetzt Kriminelle an Kims Seite sehen, die, äh, 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 Kim gut rausboxen kann. Und vielleicht sehen wir hier einfach eine Vorbereitung, dass Nacho genauso gut rausgeboxt wird oder wie auch immer. Ähm, weil Nacho auch in der Folge nicht so vorkommt. Und es könnte so ein Hint, so ein Hint sein, dass die zwei noch irgendwas zu tun haben miteinander. Ähm, ja, ist mir so aufgefallen. Ja, also ich habe hier noch eine andere Theorie. Die hat eine, ähm, hat jemand aus der Community, hat es als großer Kommentar verfasst. Das war die Andrea. Und sie sagt, hat gesagt, Kim hospitiert nicht das Gericht, sondern sie hospitiert im Fall Jimmy. Was bedeutet das genau? Also Kim macht mehr oder weniger im Moment genau das, was Jimmy vor ein paar Jahren gemacht hat. Nämlich einfach von Fall zu Fall springen, kleinen Kriminelle aus dem Gefängnis holen und so weiter. Das heißt, sie kopiert gerade mehr oder weniger Jimmys Weg. Aber warum? Ja, genau, warum? Vielleicht will sie irgendwie nachvollziehen, warum Jimmy so geworden ist, wie er jetzt gerade ist. Indem sie sich einfach in seine Lage hineinversetzt. Ja, aber das glaube ich nicht. Sie wird ihn irgendwie verstehen. Ich glaube nicht, dass Kim, äh, dem Jimmy hospitieren möchte, wie es Andrea genannt hat. Ich glaube wirklich, also natürlich glaube ich an meine Theorie, aber das kommt mir realistischer vor. Für diese ganze Geschichte auch, damit die Stränge auch so zusammenlaufen, dass wir auch sehen, was mit Kim weitergeht, weil wir wollen ja nicht jetzt Kim, also wir wollen ja nicht Jimmys Geschichte jetzt nochmal sehen. Ähm, deswegen glaube ich das nicht. Ja, aber ich fand es einen ganz interessanten Ansatz, nochmal sich in die Psychologie der Charaktere reinzudenken. Ich meine, wir müssen uns sowieso die Frage stellen, warum Kim das jetzt überhaupt macht. Also andererseits haben wir uns, hast du dir jetzt die Frage gestellt, warum passiert es überhaupt für die Geschichte? Und du meinst, damit Natsch und Kim zusammengeführt werden. Aber andererseits braucht ja Kim trotzdem eine Charaktermotivation, warum sie gerade diese kleinen Fälle annimmt. Ja, klar. Also warum macht sie das? Wahrscheinlich einfach, das habt ihr ja letztes Mal, glaube ich, im Podcast gesagt, weil die Kai Lust mehr hat auf Bankrecht oder nur Bankrecht. Was wir dann auch später ja nochmal ein bisschen sehen. Das ist, glaube ich, schon eher so der Grund dahinter. Ja, ich glaube einfach, dass es nicht die Stärken von Kim sind, die sie bei Mesa Verde ausspielen kann. Also Kim ist ja ziemlich, ähm, vielleicht jetzt nicht ganz so kreativ und verwinkelt wie Jimmy, aber dafür sehr empathisch und auch sehr, ähm, intelligent. Also wahrscheinlich ist sie einfach unterfordert bei Mesa Verde und sie will wieder mehr zurück, wo sie wirklich erkennen kann, dass sie ihre Arbeit Erfolge bringt, dass sie wirklich Menschen direkt helfen kann. Ja, das glaube ich auch. Also in die Richtung wird es gehen und dann wird es, ja, dann passt es ja wieder mit Nacho, weil Nacho wird, ich, also ich kann mir das nicht anders vorstellen, dass Nacho eben nicht ins Krankenhaus gehen wird, weil sonst kratzt er ab, wer soll dem helfen. Ähm, vielleicht noch dieser Doktor von Gas fällt mir jetzt gerade auf, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube einfach, dass Nacho ins Gefängnis kommt eventuell und dann, spätestens dann braucht er einen Anwalt. Du meinst ins Krankenhaus? Äh, ins Krankenhaus, ja, genau. Und dann eventuell ins Gefängnis. Ja, und dann vielleicht, ja, genau. Ja, wegen der Schusswunden, genau. Ja, also es gibt noch eine weitere Szene mit Kim, sollen wir jetzt gleich zu der gehen oder sollen wir weitermachen mit Jimmy? Ähm, ich würde sagen, wir können doch gleich einfach die eine Szene mit. Ja, dann machen wir Kim fertig. Ja, es gibt nicht noch eine Szene, in der Kim eine Klientin abholt? Ja, genau. Ja, also es spielt vor einer Haustür. Und bei der Szene hatte ich echt kurz ein richtig ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Als die dann wieder reinging. Ja, ja, als die wieder reinging. Da hatte ich kurz so das Gefühl, oh oh, könnte das jetzt wirklich passieren? Machen die das wirklich? Und zwar, ich glaube, du hast dieselbe die Weg, oder? Sag du. Ja, dass die, also dass die Frau, die hat gemeint, ja, ich komme damit nicht klar. Ich kann nicht ins Gefängnis. Ich kann sie nicht weitermachen. Dann geht sie nochmal rein ins Haus. Und dann dachte ich, sie kommt mit der Waffe zurück und begeht einen erweiterten Suizid sozusagen. Und er schießt Kim. Das wäre zu krass gewesen. Ich habe es nicht wirklich geglaubt. Aber es hat sich kurz so angefühlt vom Setup. Ganz kurz, ja. Aber ich habe es auch ganz schnell wieder vorworfen, weil warum auf einmal? Das wäre ein bisschen krass gewesen. Aber in dieser Szene ist mir wieder, ja, klar, ein Hinweis aufgefallen. Wenn man eine Theorie hat, findet man immer Hinweise, die die Theorie bestärken. Die Mandantin hat Probleme mit Drogen. Und Nacho hat auch in gewisser Weise Probleme mit Drogen, indem er sie ja für Gas jetzt mittlerweile auch ein bisschen so um die Ecke beschafft. Für Salamanca auch. Ja, ist weit hergeholt. Ich weiß, aber vielleicht einfach, wieso sollte diese Szene sonst kommen? Klar, wegen dem Anruf, wo dann Kim abbricht, wo Mesa Werde anruft und dringend was von Kim möchte. Aber es muss ja irgendwie was Größeres dahinter stecken, warum wir jetzt diese ganzen Mandanten sehen von Kim. Ja, also ich glaube, dass sich Kim da auch ein bisschen auf einen gefährlichen Weg begibt. Ich glaube schon, dass irgendwann einer dieser Klienten ihr zum Problem wird, weil sie sich vielleicht zu sehr hineinsteigert und dann einfach mehr tut, als ihr Job von ihr verlangt und sie dadurch einfach in diesen kriminellen Untergrund gezogen wird irgendwie, der ihr dann vielleicht zum Verhängnis wird. Es wäre nochmal eine ganz andere Theorie, dass sie dann vielleicht doch irgendwie stirbt mal oder so. Keine Ahnung. Mal gucken. Also der Kim-Strang, wenn man den alleine sieht, ist sehr mit Fragezeichen überhäuft aktuell. Aber trotzdem, ja, also ich wollte sagen, es ist trotzdem sehr viel interessanter geworden, weil ich weiß nicht, also es ging wahrscheinlich jedem anderen auch so. Mich hat einfach diese Mesa-Werde-Sache nicht mehr interessiert. Es war langweilig. Also mich hat es genauso gelangweilt wie Kim wahrscheinlich. Deswegen, wir bekommen jetzt diesen kleinen Hint, dass die Kooperation mit Mesa-Werde kaputt gehen wird in Zukunft. Höchstwahrscheinlich. Ja. Also würde ich jetzt eher mal noch nicht so sagen, dass es in naher Zukunft passiert, weil Kim dann in der nächsten Szene im Gespräch mit Paige bei Mesa-Werde sagt, das wird nie wieder vorkommen. Ja, vielleicht sagt es ja genau das aus, dass es wieder vorkommen wird. Ja, das kann sein, aber wir, ja, aber dann hat Kim schon, also dann verändert sich Kim auf einmal auch schon krass. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall wird es interessant, ja. Cooler, cooler Handlungsstrang ist das geworden um Kim. Ja, wenn man sich darauf einlässt, ist die Geschichte von Kim interessant. Wenn man jetzt irgendwie diese ganze Sache hintereinander schauen würde, würde man sich denken, was soll denn diese Sache hier eigentlich? Ja, okay, Kim vertreten Schuldigen hat gewonnen. Okay, Kim holt eine neue Mandantin ab. Okay, Kim hat keine Lust mehr, vielleicht auf Mesa-Werde. Wenn man sich so wie wir darauf einlässt, dann erwarten wir auf jeden Fall was Spannendes und das wird wahrscheinlich auch kommen, aber so an sich jetzt ist es nicht wirklich interessant, also nicht wirklich spannend zu sehen. Gut, ja, es kommt darauf an. Einerseits hast du recht, dann kannst du natürlich mehr Gedanken darüber machen, aber andererseits bei einem Binge-Watch fällt dir, fallen dir noch mehr Zusammenhänge auf. Also du hast dann nicht dieses Gefühl, immer nur keinen Fortschritt zu sehen, sondern ich habe ja schon mal, glaube ich, die ersten zwei Staffeln von Better Call Saul am Stück geschaut und es hatte ein ganz anderes Feeling. Es hat sich viel schneller angefühlt und viel, jetzt nicht unbedingt spannender, aber kompakter. So als ob einfach es sich nicht im steckenden Tempo bewegt, sondern im normalen Tempo. Eventuell wird es bei der vierten Staffel auch so sein und damit wären wir dann wieder ja bei der Frage, ob wir den Serienmachern nicht genug vertrauen, aber das wollen wir am Ende besprechen. Genau. Und deswegen können wir jetzt mal weitermachen mit Jimmy. Jimmy und Kim dann, wie gesagt, wir gehen jetzt wieder zurück zur fünften Szene. Jimmy und Kim zu Hause und Jimmy schaut Dr. Zhivago. Und ich weiß nicht, also Dr. Zhivago ist ein alter Film aus 1965, ein episches Drama und ich habe diesen Namen Dr. Zhivago schon mal irgendwo in Breaking Bad gehört. Ich könnte darauf schwören. Echt? Ich habe aber, ich habe ein Zitat gegoogelt, also ich habe gegoogelt, was weiß ich, Dr. Zhivago, Saul Goodman und geschaut, ob es da irgendwelche Quotes gibt oder so aus Breaking Bad. Habe ich nichts gefunden, aber ich könnte darauf schwören, dass Saul Goodman in Breaking Bad irgendwann schon mal Dr. Zhivago erwähnt hat. Ich kenne es einfach in dem Zusammenhang. Ja Mensch. Also falls es jemand von den Zuhörern weiß oder weiß, wovon ich spreche, dann helfe mal ein bisschen auf die Sprünge. Ja, aber dass du das nicht weißt, Mensch, du als Breaking Bad Brain, da bin ich schon ein bisschen erdeutscht. Ja, ich glaube, es reicht ja, dass ich überhaupt erkenne, dass es irgendwann schon mal gesagt wird. Ja, wenn, vielleicht. Vielleicht blamierst du dich ja auch jetzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe den Film nicht gesehen. Ich kenne den auch sonst irgendwoher. Mir kam der Name, aber bekannt vor. Ja. Auf jeden Fall, was interessanter war das Szene? Ja. Sag du, sag du. Und zwar Jimmy sitzt so ganz spießig auf der Couch, will einen Film schauen und während er eben alleine auf der Couch sitzt und Kim beim Arbeiten zuschaut, verzieht sich so richtig seine Miene. Und man merkt, dass dieses gutbürgerliche Leben nichts für ihn ist und er sofort wieder zurück auf die Straße muss. Ja, ich habe es nicht deuten können. Vielleicht ist es das. Ja, also auf jeden Fall passt die Musik perfekt auf die Blicke von Jimmy. Wenn ihr mal drauf achtet, schaut noch mal die Szene. Aber was mir noch ganz kurz aufgefallen ist und es kommt dreimal in dieser Folge vor und in dieser Szene als zweites Mal bei der Saul Goodman Szene zum ersten Mal. Jimmy schaut nach oben, als ob er irgendwie oben was sucht oder er schaut einfach so für ein paar Sekunden einfach nach oben. Das kommt noch mal vor. Ganz zum Schluss in der Diversionskontrolle schaut er die erste Szene, wo wir dann ihn wieder sehen, schaut er auch nach oben. Und bei Saul Goodman war oben das Geld. Ich weiß nicht, vielleicht ist das wieder viel zu viel rein interpretiert, was man ja so gerne tut bei Better Call Saul. Aber wir wissen trotzdem auf der anderen Seite, Better Call Saul macht nichts ohne Grund. In dieser Folge schaut er so nicht so irgendwie kurz so beim Vorbeischweifen, sondern wirklich dreimal gestellt nach oben. Das ist mir so aufgefallen. Aber keine Ahnung, was das heißen soll. Also es kommt drauf an, es ist natürlich auch ein psychologisches Phänomen, dass man schaut dann nach oben, wenn man sich in der Situation gerade nicht wohlfühlt. Das kennt man wahrscheinlich, kennt ihr wahrscheinlich auch. Also wenn du irgendwo raus willst oder so, dann schaut man oft nach oben automatisch. Genauso, es gibt noch andere Theorien, zum Beispiel wenn du an Akustik denkst oder an irgendwie Musik oder so, schaust nach links. Und wenn du dich an etwas Bildliches erinnern willst, schaust du auch nach oben. Also da gibt es irgendwie solche Zusammenhänge. Und ich glaube, dass damit mit diesen Blicken von Jimmy einfach gemeint ist, dass er aus dieser Situation ausbrechen will und ganz nach oben will. Ja, vielleicht. Ja, aber cool, dass dir das aufgefallen ist. Es ist mir jetzt zuerst nicht aufgefallen, dass er diese Blicke geworfen hat. Gen Himmel. Gen Himmel. Ja, dann nächste Szene. Jimmy wieder im CC Mobile. Und er kauft selbst die Handys, die er eigentlich verkauft. Und wir sehen dann auch später die Handys wieder verkaufen. Ja. Ja, und er macht das alles ohne Kim einzuweinen, wollte ich jetzt hier gerade nochmal erwähnen. Er macht das versteckt und heimlich. Und das ist doch mal ein krasses Breaking Bad Element, was wir bis jetzt in Better Call Saul noch nicht so gesehen haben. Wenn du mal überlegst, das habe ich auch gestern vor einer Woche, letzte Woche im letzten Podcast mit Nono besprochen, warum Breaking Bad eigentlich so viel spannender ist als Better Call Saul. Und da habe ich gemeint, es liegt unter anderem einfach daran, dass Breaking Bad diese Geheimnisse hat, die es halt in Better Call Saul überhaupt nicht gibt. Und jetzt aus dieser Situation könnte man wieder so ein geiles Geheimniskonstrukt machen, was auf den Hauptcharakter einbricht irgendwann, wenn man es weiter strickt. Zum Beispiel jetzt hier gerade, dass Kim, dass Jimmy es vor Kim verheimlichen will, dass er eben dieses kleine Nebengeschäft sich aufbaut. Ja, also wir müssen das ja nicht weiter stricken, weil das ja ein Geheimnis ist. Das macht er auch next in ein paar Szenen weiter. Ganz, also sehen wir es ja ganz klar, dass er das auch als Geheimnis verbucht, in dem ja, machen wir es nachher, machen wir es nachher. Auf jeden Fall, in dieser Szene ist mir zwar nichts weiteres aufgefallen, aber dann kommt halt diese Szene mit Jimmy, indem er diese Handys dann vor dem Doghouse verkauft. Und das Doghouse kennen wir irgendwoher. Ja, das war auch so ein Stammlokal von Jesse Pinkman unter anderem. Genau. Das Breaking Bad, weil sie auch oft da den Hotdog gegönnt. Ja, und das ist dann sozusagen der Anfang der Wildenfahrt, was jetzt beginnt, was wir mit der ersten Szene gesehen haben, das Ende der Wildenfahrt. Das war mal wieder eine klassische Breaking Bad Schrägstrich-Berda-Corsal-Szene-Collage. Also so wild geschnitten, fancy Musik. Mit Streetlife. Genau. Ja. Hammergeile Musik. Erwartet man bei Berda-Corsal überhaupt nicht. Auf einmal kommt sie. Ja, schon. Also es gibt ja kaum Soundtrack. Und dann kommt halt gleich so eine ultra schräge Collage mit eben dieser Musik. Und das macht es einfach doppelt so gut. Ja, aber eine Sache habe ich dann doch, ja, man will uns mal wieder locken. Man sieht diesen Kleiderschrank. Man sieht diese bunten Hemden. Aber was zieht da an? Ein Jogginganzug. Noch nicht diese bunten Hemden, die wir von Breaking Bad kennen. Ja. Die halten uns hin. Das ist einfach das Absicht. Die wollen uns einfach ärgern. Ja, klar. Aber das finde ich auch gut. Ja, also es funktioniert. Weil es auch einfach Sinn macht. Das macht ja Sinn. Warum soll er sich auf einmal jetzt diese Hemden anziehen? Klar. Das wäre ja komisch. Ich meine, warum zieht er überhaupt die Jogginghose an? Er zieht sie ja deshalb an, damit er nicht als, wie wird er genannt? Narcos? Oder wird er wirklich als Narco genannt? Zumindest im Englischen. Das weiß ich nicht. Also sie denken, als Drogendieger. Die Straßenleute, nee, eben nicht. Die Straßenleute denken, es wäre ein Undercover-Cop. Ein Drogenfahnder. Okay. Ein Drogenfahnder. Deswegen wollen sie die Handys von ihm nicht kaufen. Dann geht er halt zu Fuß los mit Jogginganzug, damit er richtig lässig, kriminell wirkt. Weniger, äh, ja, weniger seriös, sozusagen, damit die Leute anbeißen. Und es funktioniert sehr gut. Ja. Er findet bei, beim Doghouse einige Abnehmer der Handys. Er kriegt ersten Kontakt zu ein paar Junkies. Ähm, Kriminelle, ja, in Klammer, weil wir wissen nicht, ob das Kriminelle davor, äh, vor dem Doghouse sind. Ähm, aber wir können davon ausgehen. Ähm, ja, und so eine kleine, so eine kleine Sache. Jesse verkauft vor dem Doghouse Crystal Mav und, äh, Jimmy McGill verkauft Handys. Also dieses Doghouse ist, äh, ein ganz schönes Umschlags, äh, ein ganz schöner Umschlagplatz. Ja. Ja, man sieht dann, äh, diese ganzen Junkies und vielleicht Kriminelle, äh, dann auf einmal weggehen. Und wir hören und sehen dann auch eine Motorradgang. Und irgendwie, muss ich ja. Source of Anarchy. Ja, ich muss irgendwie kurz, hab ich gedacht, hä? Eine Motorradgang? In Better Call Saul? Irgendwie passt das überhaupt nicht ins ganze Set. Ähm, ich, ich find's jetzt immer noch komisch, eine Motorradgang. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt die mir nicht in das ganze Set rein. Äh, vielleicht denke ich aber auch. Hä? Eigentlich passt es ja sehr gut, wenn du mal überlegst. Warum denn? Es ist mehr oder weniger dasselbe Setting wie in Sons of Anarchy zum Beispiel. Also auch Südwest. Ja, aber das ist, Amerika. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Krimineller Untergrund. Ja, stimmt, aber ich weiß nicht, warum mir das nicht so reinpasst. Ich hab da irgendwie so ein komisches Gefühl. Auf jeden Fall, was viel wichtiger ist, Jimmy traut sich an die harten Kerle heran und kriegt es sogar hin, diese Kerle, äh, diese Motorradgang zu überzeugen, diese Handys zu verkaufen, äh, zu kaufen. Ja, genau, die wollen sie in den Knast schmuggeln, mehr oder weniger, um mit ihren Knastbrudis Kontakt aufzubauen. Was ziemlich krass ist. Und dann sagt er auch ganz, ganz nebenbei, ähm, du kannst sie, die Handys sind so klein, du kannst sie praktisch überall verstecken. Ja. Du weißt, was gemeint ist. Äh, was ziemlich krass ist, weil Jimmy ja eigentlich ein Anwalt ist. Und jetzt, äh, hilft er sogar Leuten versteckt, äh, Sachen ins Gefängnis reinzuschmuggeln. Also es ist schon, äh, eine wilde Fahrt, die da beginnt. Mhm. Und es hat mich gewundert, dass die, ähm, dass ausgerechnet diese Motorradgang Jimmy nicht eine aufs Maul gibt, sondern ihm ganz brav die Handys abkauft. Ja. Aber wer, wer verprügelt dann diese, diesen Jimmy? Ja, diese drei Idioten. Ja, und ich glaube, diese Jungs werden nicht überleben. Ob sie, gut, das wäre schon krass, wenn er jetzt einen dreifachen Mord begeht wegen sowas. Nee, Jimmy doch nicht. Aber irgendjemand anders, ich, 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 ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, dass die nochmal zu sehen sein werden und dann wird es irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sogar in Staffel 5 oder keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach, ähm, den Jimmy verhauen können und einfach so, ja, das Geld geklaut haben, das Geld, was ihm wirklich wichtig ist. Äh, und dann war es das. Ich glaube, da kommt was noch. Ich habe mehr das Gefühl, dass Jimmy jetzt einen Bodyguard braucht. Ja. Und wer ist der Bodyguard? Natürlich Juhl. Ja, stimmt, ey. Ey. Ja, stimmt, ey. Ja. Ja, das wäre doch, also das nächste, ich meine, er wird bestimmt wieder auf die Straße gehen und die Handys verkaufen. Ich meine, ich habe ja auch die Promo gesehen für die nächste Folge. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Nee. Ja, dort sieht man wieder, dass er auf die Straße geht und dass er wieder sich Handys, Stapels von Handys besorgt. Mhm. Aber wenn er diesmal auf die Straße geht, wird er wohl jemanden an seiner Seite haben, wenn er intelligent ist. Und wer wäre da besser geeignet als Juhl? Ja, ohne Witz, ich glaube wirklich, dass das soweit kommt. Beziehungsweise nein. Ich glaube wirklich, dass zuerst ein anderer kommt und der hat, der hat es nicht drauf oder so. Wie es ja meistens ist, wie auch bei Gas später, wo wir ja jetzt nachher drauf zu sprechen kommen. Ja. Ich glaube, da kommt irgendjemand, äh, dem er dann auch nicht vertraut oder so, oder der ihn selber beklaut. Ähm, und dann kommt irgendwann Juhl, weil das wäre, glaube ich, zu früh, weil, ähm, Kim weiß ja noch nichts davon. Und dann jemand anzustellen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob es zu früh kommt. Und das Ding ist ja, wenn er dieses Geschäft weiter betreibt, dann muss er ja das Geld irgendwann auch waschen. Ja, okay. Oder? Ja. Nee. Oder wie macht er das genau jetzt mit dem Geld? Also ich meine, er kauft sich die Handys im Handyladen, tut so, als ob sie im Handyladen verkauft wurden und verdient sich dann gut ja das Geld auf der Straße, weil das muss ja gewaschen werden. Und eventuell kauft er sich in fernerer Zukunft, vielleicht auch in nicht so ferner Zukunft, dann den Nagelsalon, um das Geld zu waschen. Ist das, äh, hat er den im Breaking Bad oder wie? Ja, ja, der will doch den Nagelsalon, will er doch an Jesse Pinkman abtreten, damit er sein Drogengeld waschen kann. Also er besitzt ihn im Breaking Bad auf jeden Fall. Aha, mhm, ja, okay, könnte sein. Also wir sehen bestimmt irgendwann im Beta-Cosal, wie er sich diesen Nagelsalon kauft. Ja, das, äh, Junge, Junge, wir, äh, hauen ja Sachen raus heute, der ist wieder unglaublich. Ja, on fire, wie ich gesagt hab. Ja, aber, ähm, dann hau mal nochmal kurz raus, weil ich hab's vergessen, äh, wie, äh, Jimmy und, äh, Jule eigentlich zusammengekommen sind. Woher kennen die sich? Ja, von der Folge Schikane natürlich. Ja, klar, aber woher, was war da nochmal? Der Doktor, der Doktor Caldera hat dir vermittelt, einfach. Ja, okay, ja, stimmt. Genau, gut, äh, dann gehen wir weiter. Jimmy, äh, wurde auch so, ja, wurde verprügelt und, äh, kommt nach Hause und wäscht sich und Kim ist natürlich auch da, aber schläft und wacht auf von dem Waschen und, ja, dann, äh, sprechen die miteinander. Ja, da sagt auch Jimmy ein paar interessante Sachen, nämlich, dass er nicht mehr dieser kleinen Kriminelle von der Straße ist und er ist, scheint ganz entsetzt darüber zu sein, dass es nicht mehr ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen, ja. Ich meine, da kann er froh sein, dass es eigentlich nicht mehr ist, aber er will wohl zurück. Ja, er ist so ein bisschen enttäuscht, dass ihn keiner mehr ernst nimmt. Ja. Und dass er sogar angegriffen wird von anderen Kriminellen oder Gaunern. Ja. Also das, äh, gibt schon mal einen guten Aufschluss darüber, was Chimis Herz wirklich begehrt. Ja. Und das ist dann. Ja, und Kim sagt dann aber auch. The Thug Life. Kim sagt dann aber auch. He chooses the Thug Life. Ach, Mensch, willst du mich jetzt nochmal unterbrechen, oder was? He chooses the Thug Life. Jetzt reden. Gut. So. Aber Spaß. Mach einfach. Red jetzt einfach. Oh, ey. Kim sagt dann auch zu diesem Satz, dass er selber nicht mehr ernst genommen, beziehungsweise selber, wie sagt das, da war ich noch einer von ihnen. Ja. Und dann sagt Kim, ja, diese Zeiten sind vorbei. Und dann sagt Jimmy, ja, aber. Und in der heutigen Zeit kennen wir dieses Ja, aber. Leider, äh, 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 ja, zu Genüge in politischen Kreisen. Ähm, ja, aber heißt so viel wie, äh, nee. Ähm, und, äh, er sagt dann aber auch nichts mehr. Er sagt nur Ja, aber. Und das ist natürlich nochmal ein sehr krasser Hinweis, dass, äh, Jimmy eigentlich, ja, den Weg eigentlich so weitergehen möchte. Beziehungsweise. Ja. Ja? Ja, aber. Warum will dann Jimmy jetzt zum Psychologen gehen? Plötzlich. Ja, das ist nur eine Lüge. Also. Weiß ich nicht. Doch, äh, ja, sehen wir ja dann später auch. Später. Aber. Aber, also, ich hab's dem nie abgenommen. Äh, man sieht auch, dass Jimmy die Kim eigentlich nur noch anlügt. Die weiß ja eigentlich gar nichts mehr, was wahr ist. Hm. Und, äh. Aber ich mein, hm. Kim, äh, streicht auch Jimmy durch die Haare und macht seine Haare auch wieder, weil er so ein bisschen verranzt aussieht. Also eher nach Saul anstatt nach Jimmy, was auch, äh, interessant war, weil es so deutlich in der Kamera zu sehen war. Also es war nicht so eine Nebengeschichte, sondern man hat genau gesehen, Kimi macht Jimmy's Haare. Kimi, hab ich gesagt. Oh, schon wieder der alte Running-Gag. Kimi, wie, Jim. Jim und Kimi. Ja, Jim und Kimi. Ja. Ja, nee, Kim macht Jimmy's Haare. Und, ja. Ich weiß aber nicht genau, ob wirklich, ähm, Jimmy hier Kim belogen hat, weil er hat ja jetzt wirklich ziemlich offen gesprochen in der Szene zu Kim. Und ich glaube auch, dass ich sehe, dass der Satz bei dem Psychologen in der Situation ernst gemeint war, weil Jimmy in der Situation selbst nicht verstehen kann, warum er plötzlich diesen Drang hat, auf die Straße zu gehen. Nee. Oder wie er überhaupt so, oder wie er überhaupt sich in dieser Situation nun befindet. Nämlich, dass er als voll ausgebildeter Anwalt auf der Straße Wegwerfhandys an Kriminelle verkauft. Er kann es selber nicht verstehen. Das kann vielleicht sein unter dem Aspekt, aber ich glaube einfach, dass er sich da rausreden möchte. Kim ist doch eigentlich die ganze Zeit der Meinung, dass Jimmy sowieso den Psychodoktor anruft. Warum sagt Jimmy jetzt, ja, okay, jetzt rufe ich den Psychodoktor an? Also, ich glaube das alles nicht. Ich glaube nicht, dass Jimmy das wirklich ernst meint. Was wir ja auch später wieder sehen, also von dem her. Ja, ja, aber wir sehen, das Ding ist ja, wir sehen es ja erst später dann. Ja, aber das ist einfach ein Tag später. Ja, gehen wir doch mal zu der Szene. Das ist ja die nächste, oder? Nee, das ist nicht die nächste. Ähm, die nächste ist, dass er die Schrift von den CC-Mobile-Fonstern wegmacht. Also, is the man listening, äh, privacy here, macht er wieder weg. Ähm, macht er weg, da ist mir auch kurz was aufgefallen. Also, einerseits resigniert, Jimmy natürlich, äh, tut die Schrift wegmachen. Aber während er die Schrift wegkratzt, hab ich da kurz etwas gesehen, nämlich, äh, da stand ja, is the man listening, irgendwas. Und dann stand da, is, man. Lücke, man. Und da dachte ich, da kommt jetzt erst so ein So-Good-Man oder so. Ist dann doch nicht darauf hinausgelaufen. Hm, die Szene war noch zu Ende. Aber das wäre ja ganz witzig gewesen, wenn dieser Satz, den er da an die Wand geschrieben hätte, bei Wegnahme einzelner Buchstaben den Namen So-Good-Man ergeben hätte. Aber es kann nicht funktionieren, weil in diesem Slogan, is the man listening, get privacy here, äh, privacy is sold here, kein G vorkommt. Also, ja, überinterpretiert. Ja, glaube ich auch. Ein bisschen überinterpretiert. Egal. Geh mal weiter. Ja, da ist mir jetzt auch nicht viel aufgefallen. Ähm, aber diese Sache könnte natürlich deine Theorie wieder verstärken, dass es meint, okay, ich höre jetzt auf mit dem ganzen Zeug. Äh, was, was soll das eigentlich? Und so weiter. Könnte sein, dass du recht hast. Aber dann, wenn wir diese Kim-Szene natürlich überspringen, die haben wir vorhin schon geklärt, haben wir dann in dem Strang Jimmy mit Howard auf der Toilette. Ja, und Howard ist total fertig. Aber richtig fertig. Ähm, Nono und ich dachten zuerst, dass er vielleicht Drogen nimmt, dass sich da eine Laien Kokain gezogen hat auf der Toilette. Weil es doch nicht so, es ist einfach darauf hinausgelaufen, dass Howard Schlafstörungen hat. Ja, ich glaube, das mit den Drogen, ich weiß nicht, wäre zu krass. Ja, ich weiß nicht, ja, das hätte ja sein können. Ähm. Weil er als Schlafstörungen ist komplett fertig. Woran liegt das wohl? Natürlich an Chuck, weil er Schuldgefühle hat. Ja, und jetzt fällt mir gerade was auf. Jetzt ist mir gerade so ein Gedanke gekommen. Ähm, Howard macht ja, wie gesagt, sehr große, oder hat sehr große Schuldgefühle, ne? Und, äh, sagt ja auch dem Jimmy nicht weiter, äh, weil Jimmy ihn ja auch in der ersten Folge der vierten Staffel gesagt hat, ja, das ist dein Problem. Äh, du bist schuld und so weiter. An dem Tod von Chuck. Ähm, und jetzt ist mir dann so gerade was aufgefallen. In der ersten Szene mit Saul Goodman sieht man diese Visitenkarte, äh, mit den Worten, äh, äh, wenn sie fragen, dann sagt, äh, von Jimmy in die Richtung, vielleicht hat Howard, also erst habe ich gedacht, Howard wird irgendwann in dieser Staffel Selbstmord begehen, wenn das so weitergeht, weil er einfach sich komplett fertig macht. Dann jetzt gerade eben ist mir der Gedanke gekommen, dass vielleicht Jimmy doch irgendwas für Howard macht und Howard dann, äh, irgendwas, äh, oder Jimmy irgendwas gut hat bei Howard und deswegen diese Visitenkarte übergibt, der Francesca, und Howard dann Francesca hilft. Ich weiß nicht, aber ich frage mich immer noch, wer da halt die Visitenkarte, ähm, ähm, ja, äh, entgegennehmen soll von Francesca. Deswegen, vielleicht hat Howard damit zu tun und deswegen auch die Szene vielleicht, ähm, Und, boah, da ist aber noch ganz schön Distanz dazwischen. Ja, natürlich, klar, aber, ähm, vielleicht hat, äh, kommt da ja noch was, dass, äh, Howard, äh, irgendwas zustößt oder keine Ahnung und Jimmy holt den halt irgendwo raus oder so. Und dann, ja, ich meine, ja. Keine Ahnung. Wir können ja mal ein bisschen mehr auf die Charaktere einfach schauen, nochmal auf die Charakterpsychologie im kleineren Detail. Okay, zum Beispiel, Howard trägt nicht mehr sein typisches Hem-Lindigo-Blau, sondern er trägt schwarz. Das zeigt einfach, das zeigt einfach seinen psychischen Zustand, dass er nicht mehr er selbst ist und trauert natürlich. Aber Howard, du meinst das Hemd jetzt oder, oder das Jackett meinst du? Ja, oder, was war's nochmal? Ich muss nochmal genau schauen. Auf jeden Fall trägt er anderes, er trägt nicht mehr das Blau, was er sonst trägt. Dann, ähm, außerdem jetzt nochmal zur Visitenkarte des Psychologen. Ich meine, Jimmy bietet ihm die Visitenkarte an. Und dann sagt Howard, nee, ich hab doch schon einen Psychologen. Und dann fragt Jimmy ganz neugierig, ist er gut, bringt es was? Und Howard sagt, ja, aber man kann daraus hören, dass es nichts bringt, sonst wäre er jetzt auch nicht so fertig hier vorm Waschbecken, wenn der Psychologe irgendwas bringen würde. Und da kommt dann Jimmy, ähm, der Gedanke, okay, die Idee mit dem Psychologen war doch blöd. Und deswegen hab ich vorhin gemeint, dass er die Psychologen-Idee bei Kim wahrscheinlich doch ernst gemeint hat, aber sie nun wieder verwirft und den Zettel zerreißt, in die Toilette wirft und dann darauf eventuell wieder sein CC-Mobile-Business aufgreift und wieder die Schrift an die Wand malt und sich denkt, warum soll ich mich anstrengen, normal zu werden? Warum soll ich zum Psychologen gehen über Dinge, die mich nicht mehr interessieren sollten? Ich mach einfach mein verdrehtes Ding. Ja, doch, ja, kann schon sein, ich kann schon recht haben. Mal gucken, wie es wird. War auf jeden Fall auch eine sehr gute Szene, also Howard hat mir extrem gut gefallen. Ja, Howard ist der Hammer, ich finde ihn einfach sehr gut. Als Schauspieler, einer meiner Lieblinge in der Serie mittlerweile. Vor allem so kleine Details, wie er sich dann kurz im Spiegel anschaut und so über seine Geheimratsecken geht, als ob ihm gleich die Haare ausfallen oder so. Weil er sich so kaputt fühlt. Nee, ist echt gut. Und dann geht's weiter. Ja. Kannst du mal weitermachen. Ja gut. Da habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Zum Ende. 14. Szene, Jimmy bei der Diversionskontrolle. Und ja, Jimmy schaut nach oben, habe ich vorhin schon gemeint. Genau, das hatten wir ja schon. Und ja, ansonsten haben sie ein Gespräch und der Diversionskontrolleur, ich hatte ja einen Namen, ich weiß gar nicht, frägt Jimmy dann auch, was er denn nach dieser Diversionssperre machen möchte. Und ja, bla bla bla. Und dann kommt halt raus, er will als Anwalt wieder arbeiten. Und zwar mit meiner Partnerin und ich. Er meint also Kim. Und er ist schon noch sehr sicher, dass die beiden noch weiter zusammenbleiben. Also er hat überhaupt keine Zweifel, dass diese ganzen Sachen, die er gerade macht, erstens rauskommen und zweitens, wenn es rauskommt, die Beziehung überhaupt so auseinanderbricht da. Deswegen, also fand ich ein bisschen. Das ist Wunschdenken. Ja, natürlich. Also er redet in der Szene mehr oder weniger zu sich selbst. Er vergisst ja total, dass da noch ein anderer Typ sitzt. Und dann er spricht sich selber zu. Er sagt so, ja, ich werde noch besser werden als davor. Und ich werde wieder ein Anwalt sein. Einfach alles wird viel besser. Ich werde ein verdammt guter Anwalt. Und das werden auch alle mitkriegen. Ja, genau. Es war ein starkes Ende auf jeden Fall für die Folge. Ja. Also es war schon fast wie so ein Staffelfinale. So eine letzte Szene, die man ganz am Ende bekommt. Ja, okay. Also so krass fand ich es dann auch nicht. Weil, ja, weil wir sehen es seit vier Stunden, vier Staffeln wollen wir wissen, wie es dann so weit kommt. Von dem her finde ich es gut, dass es zur Halbzeit nur ein Cliffhanger ist. Ja. Aber gut, dann verlassen wir diesen Strang, der, wie gesagt, die meiste Screentime für Jimmy innehatte. Und ich glaube, so oft hatte oder so lang war er auf jeden Fall noch nicht zu sehen in dieser Staffel. An alle, die gesagt haben, oh, wo ist Jimmy? Ist Jimmy überhaupt noch Teil dieser Show? Ja. Die Macher haben sich von vornherein überlegt, wie sie es machen. Und da sehen wir es. Jimmy kriegt seine Zeit, wenn wir das sehen müssen. Ja, ich meine, man hätte es vielleicht trotzdem ein bisschen straffen können, die ersten drei Folgen. Oder die ersten vier Folgen. Aber natürlich. Aber jetzt spulen wir nochmal, bevor wir aufs Fazit kommen, komplett zurück zu Mike. Ja, es gibt zwei Szenen. Das wird ja genauso interessant. Ja. Es gibt zwei Szenen. Zwei fast identische Szenen. Es ist auch wieder geil, oder? Es sind eigentlich komplett identische Szenen. Nur ein Charakter wird ausgetauscht und dann ändert sich gleich das ganze Ende. Das ist schon einfach wieder gut gemacht, ey. Ja, aber du siehst auch dann die kleinen Unterschiede, so wie sich die beiden Charaktere unterschiedlich verhalten. Ja, das ist klar. Nee, das meine ich ja nicht. Ich meine einfach nur, dass diese Fort dorthin und so weiter und so fort, dass man sich das traut, zweimal abzuspielen. Man muss wirklich Vertrauen in seine Schauspieler haben, damit es einfach nicht langweilig rüberkommt. Und es ist ja auch nicht langweilig rübergekommen. Deswegen fand ich es ganz mutig. Und dann fang mal, glaub mal an. Du kannst mal diese Szene anfangen. Ja, also die erste Szene, die sehen wir ja ziemlich am Anfang der Folge, ohne jede Erklärung, was da überhaupt jetzt abgeht. Wer dieser Charakter ist, wo er sich befindet. Was als nächstes passieren wird. Das nennt man, also das ist wieder so ein ganz typisches Breaking Bad, Better Cause All, Cold Open. Also eine Szene ohne jeden Kontext, wo wir erst nach und nach erfahren, was überhaupt hier abgeht. Das sieht man ja jetzt hier ganz hervorragend aus der Sicht dieses, was ist das, Bauingenieurs? Ein Statiker. Statikers. So wird er auch als, der hat keinen Namen, das wird als IMDb, auf IMDb wird er auch als Statiker genannt. Okay. Auf jeden Fall ist es geil inszeniert, wie jeder abgeholt wird und einen Sack immer im Kopf bekommt. Mit diesen, vor allem diese Jump Cuts, die da immer eingeführt werden, während sie so im Auto sitzen. Und über die Zeit so vorgespult wird. Das ist schon geil. Das ist die ganze Zeit nur Mike mit seinen toten Augen, da sitzt du, kannst dich die Arme am Rand festhalten, da gibt's einen. Aber das fand ich, das fand ich mit dem zweiten Charakter besser, dass der war halt noch, der war, ja, kommen wir gleich drauf. Ja, kommen wir gleich dazu. Bleiben wir erst mal im ersten Charakter. Also der ist ganz cool während der Fahrt, der beschwert sich nicht und ihm wird auch nicht schlecht während der Fahrt. Er lässt dich schön mitführen und ist auch dann beim sozusagen Undercover-Bewerbungsgespräch mit Mike und einem versteckten Gast ganz cool drauf. Und sagst, ja, diesen Tunnel, den ihr graben wollt, das mach ich ganz fix. Nee, kein Tunnel. Ein Raum. Ja, genau. Aber es ist ja ein Tunnel, der da runterführen muss und dann dieser Kellerraum, in dem sich dann während Breaking Bad-Zeiten das Labor befinden wird. Das wir natürlich alle kennen. Das soll gebaut werden. Er meint, es ist kein Problem. Er hat auch schon einen Tunnel von Mexiko nach El Paso gebaut. Und dann kommt nämlich der Anruf von Gus Fring und Mike sagt einfach nur, danke für deine Zeit. Und dann kommt dieser harte Cut, wie er wieder zurück da auf die Straße geworfen wird. Ja gut, der Mike sagt, das habe ich auch gedacht. Und dann danke für deine Zeit. Und ja, dann kommt der harte Cut. Da ist dir bestimmt was aufgefallen. Ja, was lief da schief? Ich meine, dieser Anruf von Gus Fring, der war ja ziemlich gut getimt. Das heißt, Gus Fring hat mitgehört. Die komplette Unterhaltung hat sich nicht zu erkennen gegeben. Natürlich nicht. Deswegen wurde ja auch der Typ mit Mass, mit Sack auf dem Kopf da ins Nirgendwo geführt, damit einfach nichts rückverfolgbar ist. Ja, aber der Grund ist einfach der, dass dieser Statiker nicht seriös war. Er hat sich selbst überschätzt. Er hat die Probleme nicht erkannt. Er hat wahrscheinlich sogar noch ein bisschen gelogen mit diesem Tunnel durch El Paso durch. Und ja, da hat Gus Fring gemeint, nee, das ist kein Mann nach meinem Geschmack. Ich will einen Denker haben, der nicht bla 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 macht, sondern wirklich mit Fakten kommt. Ja, aber da muss ich dich leider enttäuschen. Weil ich bei meiner Theorie, warum er diesen Mann nicht genommen hat, glaube ich, 100% sicher sein kann, dass es genau der Grund war. Und zwar habe ich zunächst auch gedacht, dass es genau das, was du gesagt hast, war, dass er auch so ein bisschen geldgierig ist und einfach überhastet war und so weiter. Aber was? Du musst einfach so ein bisschen nachdenken und dann kommst du drauf, warum Gus und auch Mike diesen Typ nicht nehmen. Übrigens, dieser Typ hat die Synchronstimme von Gomez, also nicht von Mario Gomez, vom VfB, sondern von der DEA. Was ich interessant finde, weil wir sehen dann wahrscheinlich nicht mehr. Ja, wollte ich auch sagen, wahrscheinlich sieht man ja dann nicht mehr Steve Gomez, weil es wäre ja dann normalerweise weitergegeben worden, diese Information an das Synchronstudio. Also, nee, besetzt diese Stimme von Steve Gomez nicht, vielleicht kommt er ja noch. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass er noch kommt. Ja. Was schade wäre, weil Hank Raider natürlich kommen sollte, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, der Statiker, der wird deswegen nicht genommen, weil er eben sagt, dass er diesen Tunnel durch El Paso gebaut hat. Und Gus möchte nicht, dass er irgendjemand hat, der Geheimnisse rausplaudert. Ah ja, genau, das stimmt, ja. Ja, weil wenn Gus... Das habe ich mir sogar aufgeschrieben. Wenn Gus hier ein verstecktes Math-Labor baut und der Typ ist dann irgendwo anders wieder angeheuert und sagt, ja, gut, ich habe schon einen Tunnel durch El Paso, ein Math-Labor in Alperkirche, dann, ja, das will Gus nicht. Deswegen wird auch nicht genommen. Ja, ja, stimmt, ja. Ja, das ist die richtige Interpretation auf jeden Fall. Er will niemanden, der die Klappe nicht halten kann. Genau. Ja gut, dann haben wir eigentlich die Szene abgefrühstückt. Er wird zurückgetransportiert zum Wagen und darf heimfliegen und sieht nicht Gas. Nur Mike. Ja, dann kommen wir zum Herrn Ziegler. Alter, ja. Also hast du diese Folge auch auf Englisch gesehen? Ich habe mir vorhin noch mal nur diese Szene auf Englisch angeschaut, weil ich, ja, ich habe mir schon gedacht, dass er dann auch mal teils Deutsch spricht, was dann auch so war, war ganz cool. Ja, ich habe mir zu schlecht, ich glaube, ich muss kotzen. Das war, du musst dir jetzt vorstellen, wenn du jetzt auf Englisch schaust und du weißt ja noch nicht mal, dass es ein Deutscher ist oder so, dann hörst du halt plötzlich sowas und denkst so, ey, was war das? Und dann noch so ein krasser Satz, ey, ich muss kotzen. Also ich muss wirklich sagen, dieser Werner Ziegler, ey, ich hoffe, wir sehen den öfters, weil der ist ja grandios. Der ist der Hammer. Also das ist ja ein zweiter wirklich deutscher Ding. Wie heißt der jetzt? Mensch, oh Gott, jetzt fällt mir der nicht ein. Von Django. Christoph Walz. Christoph, hä, was? Dafür hat er jetzt nicht die... Nein, ich meine nicht wie Christoph Walz, sondern Christoph Walz ist für mich zumindest jemand, der sich deswegen auszeichnet, weil er einfach so Sachen bringt, die keiner denkt und die einfach perfekt reinpassen, wie zum Beispiel dieses, wo der Werner Ziegler übrigens, deutscher Schauspieler natürlich, Reiner Bock. Den kennt Nono übrigens, mit dem hat Nono anscheinend schon mal zusammengedreht. Okay. Ich habe gemeint, das wäre ein ganz cooler Tipp gewesen. Ja, der hat auch schon viel gemacht, hat auch schon bei Tartort mitgespielt, bei fünf Tartorts und Winitou, bei Winitou, beim neuen Winitou und so weiter. Er ist recht natürlich aus deutschen Serien, aber auch, und das ist eine ziemlich coole Sache. Er hat bei Homeland eine Folge mitgespielt und bei Homeland gibt es eine Episode, die heißt Better Call Saul und da hat er mitgespielt. Was? Wieso heißt die Episode so? Weil bei Homeland gibt es auch einen Saul und das ist halt auch ein wichtiger Typ und deswegen heißt diese Folge Better Call Saul und da hat er mitgespielt. Das ist cool. Auf jeden Fall, ja, deutscher Schauspieler und ich fand dieses, wo er dann was trinken wollte, so dieses, fand ich einfach geil. Das ist so eine Sache, wo nicht jeder Schauspieler macht, so, ich kann es auch gar nicht richtig erklären, aber sowas macht für mich auch der Christoph Walz aus, weil der so, so Sachen bringt, so kleine Dinger, die man halt nicht von dem Leonardo DiCaprio oder von wer auch immer kennt, die auch sehr gute Schauspieler sind, aber die machen das halt nicht. Ja, doch, Leonardo DiCaprio schon, Leonardo DiCaprio schon, aber ich weiß, was du meinst, also diese, diese kleinen Nuancen oder was auch immer das ist. Ja, wie auch immer, ich fand den Schauspieler sehr gut und ich hoffe, dass wir den noch öfter sehen und wahrscheinlich wird es ja auch so sein, weil er wird ja auch zur Waschanlage transportiert und besteht den Test und wird angeheuert. Und als derjenige, der das Crystal Meth Labor bauen wird. Genau, und dann zeigt sich auch Gus Fring, er kommt aus dem Schatten und er spricht kurz Deutsch. Echt? Wenn man dann im Englischen hört, ja, er sagt, freut mich, sich kennenzulernen auf Deutsch, Giancarlo Esposito. Ah, krass. Deswegen, da hätte es sich schon gelohnt, das mal kurz auf Englisch zu schauen, das war witzig. Ja gut, weil ich, ich, ich hab, äh, ich hab ganz kurz, wo er rausgekommen ist, Gus, und die ersten Worte waren halt auf Englisch und da hab ich gedacht, okay, nee, da kommt nix mehr. Ja, nee, er redet kurz Deutsch, könnt ihr euch mal anschauen, das ist ganz nett. Krass. Ja, ähm, was sehr interessant war noch, äh, oder nicht sehr interessant, aber was, äh, ein kleiner Hinweis war, ähm, das Maßband, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, was der Werner Ziegler nutzt. Hast du gesehen? Ja. Was denn? Nee, ich hab das Maßband gesehen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, das Maßband, äh, was der Werner Ziegler nutzt, um die Entfernung zu irgendwas, äh, auszumessen, heißt Gail. G-A-I-L, also Gail, wahrscheinlich ein Hinweis wieder auf Gail Bettiger. Ähm, ja, das, ich hab's zwei, dreimal, hab ich's mir, das sieht man auch ganz kurz nur. Äh, ich hab erst gedacht, da steht geil. Gail, aber es steht Gail, so. Ja gut, aber Gail schreibt mir ja G-A-L-E. Ja, okay, aber, äh, dann ist das halt so ein kleiner Hinweis, weil, man könnte es auch Gail, Gail, irgendwie so aussprechen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja, also mir ist halt eher in den Szenen aufgefallen, dass mich der Werner Ziegler einfach übertrieben an Walter White erinnert. Zumindest am Anfang. Mhm. Diese penibel durchdachten Pläne, diese Besorgnis und, ja, keine Fehler machen. Ja. Das ist, ich mein, Walter White geht ja im Labor genauso vor wie jetzt Werner Ziegler bei der Planung des Labors. Und es sieht auch sogar ihm ein bisschen ähnlich aus. Ja, okay. Indem man zum Beispiel, doch, der hat dieselbe Frisur wie am Anfang und diesen ganz kleinen hässlichen Schnauzer. Also, und dann hat er noch so ein bisschen das Neurotische, so dieses, äh, ich meine, Walter White war ja in der ersten Staffel auch so unsicher ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Das Ding ist ja auch, dass der Werner Ziegler, ähm, ja, das, das Ding ist ja, der Werner Ziegler, der, macht der überhaupt was Kriminelles? Der, der baut halt, äh, im, ja, der baut halt im, im, sagen wir mal, im Stummen einen Raum, aber das ist ja nichts Gefährliches. Und diese ganzen Sachen, die zu dem, ja, im EF-Labor führen, sind ja diese Instrumente und die kommen ja mit Gelbätiker. Aber ich glaube nicht, dass der Werner Ziegler sich ja irgendwie strafbar macht, was mich, äh, auch gewundert hätte, weil, wo holen die denn her und warum soll er sich auf einmal strafbar machen? Also, das sieht jetzt nicht so aus. Also, anscheinend aus Deutschland. Ja, klar, aber das sieht jetzt nicht so aus, als würde er irgendwie ein krimineller Typ oder so. Das sag ich, Walter White auch nicht. Ja, gut. Braucht halt doch die Klatze und dann passt das schon. Nee, aber was ich mir, was ich mir gedacht hab, ist, dass er vielleicht einer von Madrigal Electromotive ist. Ja, das, das können der auch. Der dann aus Deutschland kommt und dort diese Dinge erledigt. Weil im Endeffekt fliegt er dann das Labor auch dadurch auf. Weil Hank Schrader ist dann ja dann in Staffel 4 von Breaking Bad, ähm, Gus Fring und Heisenberg auf den Fersen. Und da tut er dann zum Beispiel auch diese Geräte der Waschanlage, äh, nicht der Waschanlage, dieser, doch, dieser Waschanlage. Wäscherei zurückverfolgen und erkennt, okay, diese Klimaanlage kommt von Madrigal Electromotive, ist ein deutscher Konzern. Und so geht er dann immer weiter vor. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, also wir werden bestimmt noch rausfinden, wer genau dieser, wer ein Erziekler ist. Vielleicht auch nicht. Aber hoffentlich sehen wir mehr von ihm, ja. Ja. Gut. Das war's schon. Das war die Episode 5. Wir haben jetzt Halbzeit. Es kommen genauso viele Folgen, wie wir schon gesehen haben. Und dann dürfen wir wieder sehr lange warten. Ja. Ja. Aber es war diesmal eine lange Folge, oder? Die ging gut 10 Minuten länger als eine andere, der vierten Staffel. Also über 50 Minuten. Okay, krass. Ich hoffe, es geht so weiter. Ja, also wir haben ja im letzten Staffel war doch Schikane auch die fünfte, oder? Ja, genau. Und das war ja auch ein Bruch der Serie. Also das war ja auch so ein Ding, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist es vorbei, endgültig, mit Jimmy und Chuck. Und jetzt ist es vielleicht auch vorbei mit Jimmy und, also mit Jimmy und jetzt kommt Saul. Ja, das passt gut, weil ich habe mir zum Beispiel jetzt auch sehr lange überlegt, um was geht denn wirklich jetzt diese vierte Staffel? Also was ist so der geschichtliche Aufhänger der vierten Staffel? Das habe ich bis jetzt noch nicht wirklich erkannt. Aber was ich halt jetzt erkannt habe, war, dass die vierte Staffel mehr oder weniger darum geht, dass alle Hauptcharaktere, also Jimmy, Kim, Gus, Nacho und Mike, dass alle nun ihre Bestimmung finden, beziehungsweise alle sich ihr Business aufbauen sozusagen und aus ihrer alten Welt herausbrechen. Zum Beispiel Gas will Drogen herstellen, will sich vom Kartell lösen, Mike wird zum Sicherheitschef von Gas, Nacho will aus dem Business raus, Kim will auch aus dem Mesaverde-Business raus und wieder richtige Anwältin werden und Jimmy natürlich will einfach nur das machen, was ihm gefällt und nicht gebunden sein an einen normalen Job hinter den Tresen. Ich glaube, so darum wird es in der vierten Staffel gehen, dass jeder seinen Weg findet, der dann in Staffel 5 schließlich, ja, ausgebaut wird, sodass dann für Breaking Bad alle Weichen richtig stehen. Ja, hast du schön gesagt. Da können wir jetzt ja nochmal, du wolltest ja auch drüber sprechen, ob wir den Serienmachern dann doch irgendwie nicht genug Vertrauen geben. Ja, ähm, naja, das ist... Wer sind sie, die Gentavierer, die Serienmacher? Ich finde, die Serienmacher. Ja, schon. Weil, ähm, also ihr habt ja letzte Folge, beziehungsweise letzte Podcast-Folge, ähm, zumeist auch Nono, ähm, ja, so ein bisschen verwundert gewirkt, warum machen die das und warum machen die das und eigentlich müsste man das und so. Ich finde, spätestens mit dieser Folge sollte man endlich mal die Macher einfach machen lassen, weil die wissen es, wie es geht. Ähm, und die wissen, was sie wann bringen müssen, äh, und wie die Geschichte endet. Und wissen, wie sie uns einfach wieder bekommen, oder wie sie uns bekommen, äh, indem sie erst den Jimmy so ein bisschen rauslassen und dann auf einmal richtig auf die Kacke hauen. Ähm, und dann kommt ein Rating von 1,3 raus. Wenn das irgendwie so die ganze Zeit so gewesen wäre, dann wird irgendwie, dann wird das Rating ja nicht so gut, finde ich. Dann wird man halt so sich einpendeln bei einer 2+, oder so. Das ist aber jetzt nur nebenbei. Ich meine aber einfach, diese Macher haben es einfach so schon, so oft schon gezeigt, dass sie es können. Und diese Serie ist so intelligent. Man sollte aus meiner Sicht endlich aufhören, so Sachen zu erwarten oder so vorzuschreiben, wie man etwas macht. Oder, ähm, Charakter erwarten, weil, mein Gott, das ist, das ist immer noch ein Spin-off. Und die, die, die Macher müssen eine Geschichte erzählen, damit sie 100% auf Breaking Bad passt. Und dann muss halt mal ein Jimmy weichen, dann muss halt mal ein Mic weichen für eine Folge lang. Ähm, und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und dann muss auch einfach mal so ein Spannungsbogen weichen, weil man halt erstmal wieder ein paar Sachen aufholen muss, äh, damit das in den nächsten Folgen wieder perfekt passt. Ich finde diese Kritik meistens, äh, spätestens mit dieser Folge letztendlich, ähm, unnötig. Das ist so meine Meinung. Ja, also ich kann da eigentlich schon ihr beistimmen. Natürlich darf man immer kritisieren. Ja, klar, natürlich. Kritiker-Seite. Ja. So ist es ja nicht, jeder hat seine Meinung. Aber das Ding ist halt bei Berta Corsol, dass diese Serie das, was sie macht, mit so einem übertriebenen Selbstbewusstsein macht, mit so einer Selbstverständlichkeit, Ja. Ohne Rücksicht auf irgendwas, dass man, dass die Serie sich eigentlich jeder Angriffsfläche entzieht. Sie macht einfach das, was sie für richtig hält. Und alles andere kommt nicht in Frage. Und deswegen... Ich bin trotzdem mal gespannt, ob die vierte Staffel doch noch die beste werden könnte, weil ich habe ja selber auch gesagt, dass die ersten vier Folgen für mich eher noch zu den schwächsten gehört haben, von anderen ersten vier Folgen der anderen Staffel. Aber wenn es jetzt wirklich so weitergeht wie in Folge 5, könnte es wirklich interessant werden. Also für mich waren die ersten Folgen eine der besten. Und deswegen, auch jetzt kurz zu deinem Satz, dass die einfach machen, was sie wollen. Deswegen haben sie einfach jetzt schon so früh wie noch nie eine fünfte Staffel offiziell bekannt gegeben. Weil sie wissen, sie haben Zeit, sie können was erzählen und sie machen es auch so, wie sie es wollen. Und sie wissen auch, das wird so geliebt, weil sie es bisher immer gewuppt bekommen haben. Und das ist eigentlich schon fast zu negativ gesagt, weil dann war ja irgendwie davor was schlecht. Ich fand es, also ich selber muss ja, das weißt du ja auch, das haben wir anfangs der dritten Staffel, hatten wir das noch ein bisschen als Thema. Die ersten zwei Staffeln waren mir zu langsam. Das war mir ja manchmal auch zu öde, zu langsam, zu wenig irgendwie so das, was wir jetzt sehen. Aber im Gesamtbild muss man einfach sagen, das war genau richtig. Vor allem, es wird, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn man die Zeit dazu hat, einfach Better Call Saul nochmal am Stück zu schauen. Also nicht immer Woche pro Woche, 40 Minuten, diese kleinen Häppchen, sondern wirklich mal, wenn man Zeit hat, sich diesen Binge-Watch zu gönnen. Die Serie wirkt dann ganz anders und viel kohärenter, in sich schlüssiger. Das habe ich auch mal gemacht jetzt. Vor einem halben Jahr habe ich die ersten zwei Staffeln durchgeschaut. Und es war wirklich einfach viel besser, als ich es damals Woche für Woche gesehen habe. Ja. Aber ich meine trotzdem, die Hälfte haben wir noch vor uns. Und jetzt sollten wir langsam zum Ende kommen. Ja, waren jetzt genug Lobeshymnen. Es gibt natürlich auch Sachen zu kritisieren, so ist es nicht. Habe ich auch schon in den ersten drei Podcasts, die ich mitgemacht habe. Aber im Großen und Ganzen sollten wir jetzt aufhören mit diesen, also finde ich, sollten wir aufhören mit diesen, ja, das muss kommen und das ist eigentlich so, sollte es kommen und so weiter und so fort. Die Folge war der Hammer und so kann es gerne auch weitergehen. Ob es so weitergeht, sehen wir. Wenn es nicht so weitergeht, wird es irgendwann wieder so eine Folge geben, die wieder raushaut. Und die, kurz noch einen Satz dazu. Wir haben ja diese Folge, die finden wir ja deswegen auch so der Hammer, weil halt im Voraus auch ein bisschen was vorbereitet wurde. Und sowas kannst du ja nicht jedes Mal auf der Hammer rausbringen. Also deswegen finde ich diese Folgen dazwischen okay und deswegen haben sie eine Daseitsberechtigung. Punkt. Ja. So. Wir haben unseren Podcast hinter uns, fast hinter uns. Wir haben diese Episode besprochen. So viel rausgehauen, wie es nur geht. Und jetzt haben wir noch eine große Sache, wie jede Woche, ein Gewinner der Woche, ein Gewinner des T-Shirts. Ihr könnt wieder, wie jede Woche, mitmachen in unserer Facebook-Gruppe BetterCasal Deutschland Fans. Und in dieser Woche hat gewonnen Sam Sambezi oder Sambezi. Sam Sambezi. Wenn du das hier hörst, sofort melden bei uns auf der Facebook-Seite BetterCasal Germany per Nachricht mit deinen Adressdaten, mit deiner T-Shirt-Größe und dann wird es sofort von Close-Up an dich gesendet. Viel Spaß und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Flunschi. Gut, dann hört ihr jetzt hier wieder die Automusik. Wir sind am Ende dieses Podcastes. Diesmal, falls es euch gefallen hat, abonniert uns. Das wäre sehr nett. Wir sind noch sehr klein, wachsen gerade. Deswegen, falls ihr uns weiterhören wollt, falls ihr Vorschläge habt, was ihr besser machen würdet, kommentiert einfach. Lasst es uns wissen. Und ja, lasst uns wissen, was ihr über unsere Meinungen denkt, was wir so hier gesagt haben. Findet ihr auch, dass wir die Macher endlich vertrauen sollten oder erwartet ihr noch mehr? Haut auch Vorschläge zu weiteren Podcast-Ideen raus, wenn ihr irgendwie weitere Ideen habt, was wir noch so machen sollen, außer BetterCasal. und wir sind natürlich auch auf iTunes, auf Soundcloud und auf YouTube und natürlich auch über unsere Webseite 4001reviews.de zu erreichen. Jo, und dann sehen wir, beziehungsweise nicht sehen, hören wir uns nächste Woche wieder, wieder mit Sandro und mir für die nächste Folge Piñata. Piñata. Bis dahin, viel Spaß und ade, ciao. Bis dancen. Piñata.